hallo meine fozzi bärchens und pingelingeling erst mal ne prostatati ralala heute mit einem leckeren fiege schön fiege pilz moritz fiege aus bochum dann haben wir die jungs von tiger junge mitgebracht die junge die waren nämlich hier für einen plattenschnack der folgt aber noch glaube ich ich glaube der kommt noch raus ich weiß nicht oder vielleicht ist er schon raus man weiß es niemand weiß es immer nie hier zeit- und raumverschiebung etc pp die haben ganzen kasten mitgebracht und da ist noch was übrig geblieben voll geil aber worum geht es heute heute geht es um sinnesloschen ja und deren album kapitel 1 und wenn man sich jetzt mal da müssen wir jetzt mal ein bisschen ausholen hier war noch ein brief bei dem wollen wir auch noch verlesen hallo gorminister hier mal wieder was aus meinem hause hoffe es gefällt kurze eckdaten es gibt 200 mal weißes vinyl 66 mal box rotes vinyl also wahrscheinlich so eine special edition und 34 mal pro edition schwarz viel spaß mit den jungs aus landshut ja dann gehen wir mal ping und dann gehen mal grüße runter in den süden nach landshut wir gucken mal welche editionen wir gekriegt haben wir promo wahrscheinlich ne promo ist ja immer promo kriegt man hier immer wo ist denn hier ja promo hier schwarzes vinyl wie sie das gehört ich lege das aber noch mal kurz an die seite weil dieses sinnesloschen das hat mir ja keine ruhe gelassen und dann habe ich mir überlegt ich so ach da war ja mal so eine urbane legende um so ein video spiel polybius hieß das ja ganz ganz crazy geschichte da haben die leute gesagt dass die us-regierung in den spielhallen dieses spiel aufgestellt hat um die leute auszuspionieren und so über video spiele fernzulenken und zu zombies zu machen und hier wir tun was du willst großer meister und so weiter und so fort ob das so stimmt lasse ich mal dahingestellt da gibt es ganz viele krude sachen im internet zu könnt ihr euch auch gerne mal zu gemüte führen oder einfach mal auf youtube nach polybius googeln der angry video game nerd hat ein sehr witziges video zu gemacht es gibt aber leute die sich mit dem thema sehr ernsthaft beschäftigt haben und diese firma die das spiel angeblich gemacht hat was ist ja dann aus verkehr gezogen wurde weil ja böse und dann haben leute epilepsieanfälle gekriegt und sowas diese firma hieß sinneslöschung sinneslöschung meine ich hieß das ne oder sinneslöschen irgendwie sowas also als wenn ein mensch der der deutschen sprache nicht mächtig ist einfach zwei deutsche worte aneinander heftet so mit google translator ne sense and delete irgendwie und dann sinneslöschen irgendwie so so war die geschichte glaube ich kriege ich nicht mehr ganz auf der kette aber da erinnere ich mich noch dran und ich glaube dass die ihren titel oder ihren ihren bandnamen daher haben und deswegen ich bin da sehr sehr interessiert was da auf uns zukommt so sieht das alles sehr mystisch aus ne ich bin gespannt wir legen das jetzt mal auf und dann sind wir gleich schlauer also bis gleich drei zwei null bier ach das hätte ich jetzt null erwartet okay das hätte ich jetzt nicht gedacht ich sagte da kommt jetzt so 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 ja ich hätte es mal gesagt so midi punk oder sowas und so c64 mit ein bisschen e-gitarre aber das ist ja das ist so so punkig mit deutschen texten wir hören jetzt gerade tanz okay ist ja auch schön ne mit so gatefold und oh alter mit blut drin ist echtes blut drin ja ich glaub schon ne einfach so blut reingeklatscht okay okay ja tatsache da hat einer mit seiner hand hier einfach hand einfach so blut drauf geklatscht dann gibt es hier noch so ein richtig edel groß aufgemachtes booklet meine hüte keine kosten und mühe gescheu ist ja stehen texte natürlich da klar da sind immer noch so die strange bilder die eigentlich auch gar nicht dazu fassen finde ich komische zeichnung oder gemälde irgendwas was es damit auf sich hat keine ahnung das weiß ich leider nicht so kann man das nicht hier irgendwo anders reinpacken ne das ist schlecht geregelt da hätte ich die nämlich hier ein gatefold da hätte ich das hier offen gelassen für das booklet und das andere für die platte ah naja gut meckern auf hoch wie hoch mal wieder ne das kann auch der minister ich habe mich mal irgendwann mit einem guten freund aus mexiko unterhalten und wir haben ihn gefragt was so die klischees der deutschen sind also was die an klischees haben über deutsche und er meinte nur you are always complaining ja so sind wir deutsch so werden wir in mexiko angesehen die deutschen regen sich immer auf ja die bleiben nicht locker im mexiko kann das immer so chillt weißt du die regen sich nicht so viel auf aber das mag wahrscheinlich auch am wetter liegen da ist immer schönes winter ok aber das ähm das 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 ist das haut mich jetzt so ein bisschen hinten raus irgendwie das ist so ne mischung aus ja so deutsch punk neue deutsche herde oder wie das heißt ich kenne mich damit nicht so aus und so 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 horror punk vibes irgendwie so alles einfach mal in den topf geworfen aber eben halt nicht das was man hört oder woran man denkt wenn man in den stuhl rutscht hier äh woran man denkt wenn man an besagtes videospiel denkt und ey könnt ihr mir erzählen was ihr wollt daher ist doch der name sinnesloschen sinneslöschen einfach haben sie einfach Öl weggenommen wahrscheinlich aus aus rechtlichen gründen oder so keine ahnung ja ähm ist auf jeden fall mmp am gesang Dom an der gitarre background gesang und Ypsilon am Bass oder Herr Yps aus dem Yps Heft haben sie eingeflogen für Bass, Background und Gesang und Too Red an den Drums Mixed and Mastering äh Mix 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 Audio Production also Mick ne Mick Zekka Mix Audio Production Cover Design bei MMP und Andreas ja all trademarks and logos are protected na sowas aber ihr habt mir das geschickt dann darf ich das jetzt hier auch rein halten so bevor ich jetzt hier weiter vor mich hin haboliere mach mal pingalingaling so haben wir schon den zweiten ähm Song der da heißt Scarfismus was ist denn jetzt Scarfismus weißt du muss ich wieder googeln das weiß ich nämlich nicht also ich hab ein bisschen allgemeinbildung nur ein ganz kleines bisschen aber alles alles weiß ich auch nicht oh Hitologe das hätte ich jetzt gewusst das ist nie ein bisschen Leben und den Tod das sein war und noch rät ja eine tolle Hülle und die dritte neue Geburt ein Zingbild ne da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet ist auch wenn ich ganz ehrlich bin ähm schwierig für mich weil ich bin immer so ja deutsche Texte alles gut alles gut aber aber so dieses ähm dieses assi äh äh grunzen und assi meine ich jetzt nicht böse das finde ich nur dieses kratzige ne diese so ähm da tu ich mich manchmal boah da kam ein Rülpster während des Sprechens super geil ne möchte man auch nicht haben ähm ja ist so ja ähm Deutschrock Deutschrock Punk Zeugs halt ja ok kann man machen das ist ja für das was das ist ist es ja wieder gut gemacht wahrscheinlich bin ich mit ganz anderen äh Vorstellungen da irgendwie drangegangen ne also ne dachte ich mir so ah jetzt kommt so Waverock irgendwas ähm Midi Keyboard äh Punk oder sowas und ja das ist äh Rock mit deutschen Texten klingelingeling und ich scheue jetzt absichtlich den Begriff oder den Vergleich mit einer Band aus Frankfurt ne das wollen wir mal hier gar nicht haben das finde ich auch äh ganz schlimm alle sagen immer so ja oder viele würden jetzt sagen ja das klingt doch wie ja 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 ne weil ich äh um das hier auch mal mit in dem Kanal aufzuräumen ich finde das ist die belangloseste Musik auf diesem Planeten ich mag den nicht weil denen alle sagen so oh die sind böse und sagen nein die machen einfach scheiß und so also die so und bitte es ist tanzbar also man hat schon Bock sich zu bewegen und ich könnte mir das live sehr gut vorstellen ich glaube das ist so eine typische live Kapelle dass wenn man da so auf war ja nicht so 10 bis 15 Bierchen steht ne so leicht angedudelt ist und dann hat man Bock zu tanzen dann hier bitte Sinnesloschen aber ich bin nochmal sehr sehr gespannt weil auf der B Seite äh lacht mich so ein Song an der heißt Poltergeist da bin ich mal sehr gespannt ob das so klingt wie Poltergeist als Film aussehen ne also dran bleiben bis gleich so jetzt kriegen wir's hin drei vier null Bier mhhh Nönie wieder nicht dann muss ich mal so lange trinken Ach jetzt wurde aber so ein bisschen im Ansatz gegrunzt ne Da erinnert mich der Gesang tatsächlich so ein bisschen an sonso for Tarantula immer so rrrrrr Und das heißt jetzt Poltergeist. Ja, aber Poltergeist hätte jetzt was ruhiges erwartet und nicht so ein Umpa, 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 Umpa. Äh, Kingelingaling, ja. Ja, Geist. Ja, kann man auch gut mitsingen, ne? Geht auch eigentlich direkt rein. Hat man zwei, dreimal gehört, dann weiß man genau, wo der Refrain ist und mitsingen kann. Und das ist jetzt so ein bisschen Punk meets Death Metal. Okay, da haben wir dann eine Variation drin, die ich dann ja wieder schön finde, weil, ne, die ziehen nicht dann einmal so, die fahren nicht die Autobahnen geradeaus. Die nehmen auch mal eine Ausfahrt und fahren ein bisschen über Dorf, um dann wieder auf Autobahn zu kommen. Alter, wat für eine Metapher. Meine Hüde. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Also nicht immer nur 45 runterkacheln Richtung Frankfurt, sondern auch mal rausfahren. Ne, und schön ein bisschen ländlich. So Lüdenscheid zum Beispiel. Geht ja ewig, sehr gerade die Brücke kaputt, ne? Da muss man über Lüdenscheid fahren und jetzt fahren sie gerade über Lüdenscheid und haben so ein bisschen, ja, andere Bikes da drin. Ja, okay, ja, das kann man, das kann man so machen. Ich, wie gesagt, ich bin, ich bin nur immer total überrascht, dass das einfach nicht das war, was ich mir im Kopf vorgestellt habe. Weil manchmal gibt es ja, guckt man sich ja so Covers an und hat so ein Bild im Kopf, wie das wohl klingen könnte. Und so eine Musik hätte ich über so einen Cover nie erwartet. Hier hinten sind die übrigens nochmal drauf, ne? Die haben sich hier so in die Ecken reinquatziert, die Jungs. Da einmal, da unten auch, hier schön mit Mohawk und da nochmal ein. Ja, die wollen schon so auf Horror-Punk machen. Ja, ja, die wollen schon so auf Horror-Punk machen. Aber das ist halt kein wirklicher Horror-Punk. Horror-Punk ist für mich so The Other. Jetzt zum Beispiel, oder Hellgreaser oder so, das ist für mich so Horror-Punk. Aber das ist, ähm, Horror-Punk meets Deutsch-Rock meets Funk meets Death-Metal. Wie heißt das? Aktion-Mutation singen. Achso, und dann haben wir hier wieder ein Film ins Gespräch gebracht, ne? Aktion Mutante. Gibt es ja auch eine Band, aber die machen so Grime-Core, ja. Ja, okay. Sinnesloschen, ne? Was soll ich dazu sagen? Ist geradliniger, nach vorne, durchgeprügelter, äh, Deutsch-Punk, äh, Psycho-Horror-Rock mit deutschen Kekseleis. Ja, kann ich da auch gar nichts zu sagen, der also, ne, auf so, ähm, diese deutsche, harte Schiene steht, ne? Also, einen harten Rock, der schön geradlinig ist, wo man nicht so ganz um die Ecke denkt muss, manchmal eine Abfahrt nimmt, aber dann wieder auf die Autobahn, um mit 180 Sachen Richtung Süden zu kacheln. Der ist bei Sinnesloschen bestens aufgehört, pingelingeling. Und mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was richtig vielleicht mal bei Sick Taste Records vorbeigucken, weil die haben ganz viele schöne Sachen. Und dann aber auch abschalten, weil zu viel Internet ist ungesund, ne? Abschalten, 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 abschalten.